Der Herbert-Roth-Preis für junge Solistinnen geht an Carina. Ja, liebe Carina, herzlichen Glückwunsch. Wie fühlst du dich? Ich kann gar nichts sagen. Es ist einfach der Wahnsinn. Und es ist für mich wirklich eine große Ehre, dass ich heute diesen wunderschönen Preis bekomme. Und ich möchte mich auch noch bei allen Fans recht herzlich bedanken, dass sie mich auch gestimmt haben. Dankeschön. Der Michael will nicht mal aus der Hand geben, aber du sollst ihn wenigstens mal kurz halten. Ich gehe auf Lüster. Carina, und wir wissen ja, dass du gerne lustige Lieder singst. Und da freuen wir uns jetzt ganz besonders drauf, dass du uns erklärst, ob der Schneemann eine Frau hat. Hat die Schneemann eine Frau? Niemand weiß das so genau. Gibt es denn kein Bild von ihr? Versteckt sie sich vielleicht vor mir? Ist sie schüchtern oder keck? Geht sie abends auch mal weg? Wer hat Ahnung, wer ist schlau? Hat der Schneemann eine Frau? Vielleicht will sie dann nur ihre Ruhe? Oder schenkt sie sich ganz ohne Schuhe? Menschenscheu scheint sie sicher zu sein. Denn sonst wäre doch ihr Mann nicht spät allein. Dann sagt sie, arbeitet nachts, wenn es schneit. Dann stellt sie uns ein neues, weißes Geblatt. Hat die Schneemann eine Frau? Niemand weiß das so genau. Gibt es denn kein Bild von ihr? Versteckt sie sich vielleicht vor mir? Geht sie schüchtern oder keck? Geht sie abends auch mal weg? Wer hat Ahnung, wer ist schlau? Hat der Schneemann eine Frau? Wer hat Ahnung, wer ist schlau? Hat der Schneemann eine Frau? er Schneemann eine Frau? Ja, ja. Vielen Dank.